die dnx bewegung verhilft dir zu mehr zeit mehr geld und mehr freiheit in diesem podcast beantworten wir diese eine frage wie kannst du von überall arbeiten mehr geld verdienen und gleichzeitig die welt verändern wenn du die antwort noch nicht weiß bist du hier genau richtig alle infos auf diesen podcast sind 100 prozent kostenlos bitte abonniere unseren podcast und gib uns eine bewertung auf itunes und Yes, wir sind live auf Sendung und ich poste mal eben den Link zu dem Facebook Live auf die anderen Seiten und dann geht es hier auch direkt los. Ihr meint, ihr könnt so lange ein bisschen Halligalli machen. Hier live. Ja, wir sitzen hier auf unserem schönen Balkon auf Copangan in unserem Apartment mit dem grandiosen Bernhard Teebles. Dankeschön. So cool, dass wir das hier live machen können. Total toll. Freue mich auch. Cool. Ja, wir wollten einen Podcast mit dem Bernhard aufnehmen. Der ist Hypnose-Therapeut und dann dachten wir so ganz spontan, ey, dann machen wir doch ein Facebook Live draus, weil wir hier eh so gemütlich bei uns auf dem Balkon zusammensitzen und dann könnt ihr direkt live zugucken. Total gemütlich bei euch übrigens. Echt schön hat das. Danke. Ja, Bernhard ist Hypnose-Therapeut und wir kennen ihn schon jetzt seit zwei Jahren oder so und haben auch schon bei ihm Hypnose gemacht in der Praxis in Berlin. Friedrichshain ist sie, ne? Kids-Hypnose, genau. Kids-Hypnose heißt das. Super genial. Kids-Hypnose.de, genau. Oder kids-Hypnose.de. Genau. Und ja, Bernhard, erzähl doch mal, wie du, ja, was sich jetzt gerade aktuell hier überhaupt nach Copangan verschlagen hat, bevor wir mal dazu kommen, wie du zum Thema Hypnose gekommen bist. Genau. Also ich bin gerade zwei Monate auf Reisen, bin jetzt seit, lass mich mal überlegen, zweieinhalb, drei Wochen hier auf Copangan. War vorher einen Monat in Indien und der, sag ich mal, das Thema meiner Reise ist gerade Atemtechniken. Das heißt, ich entwickle immer gerne neue Techniken, was Hypnose anbetrifft und habe gesagt, Atemtechniken sind super gut mit Hypnose zu kombinieren und möchte daraus quasi eine ganz neue Hypnose-Arbeitsweise und Technik entwickeln, die gerade im therapeutischen Bereich sehr wirksam ist und man damit auch gerade Leute abholen kann, die jetzt Probleme haben, vielleicht loszulassen auch. Und die kriegt man mit der Atmung auf jeden Fall in gute States rein. Das heißt, ich gucke gerade wirklich, welche Experten haben wir wo und in welchen Aschraums sind welche Büros, die schon seit, keine Ahnung, tausenden von Jahren überlieferte Pramayama-Techniken anwenden. Und habe da wirklich intensiv geatmet die letzten Wochen und ja, dann bin ich hier nach Copangan gekommen und auch hier gibt es eine tolle Entwicklung, was Atemtechniken angeht, sehr innovative Sachen und habe mir das natürlich auch angeguckt und ganz, ganz spannend. Und auch für mich bin ich da in sehr intensive Prozesse dadurch reingegangen, weil ich natürlich auch immer liebe, mit mir selbst zu arbeiten und meinen Themen weiter zu arbeiten. Und dafür ist hier wirklich ein toller Ort. Da sind ja auch tolle Menschen einfach da. Und war so lustig, dass wir beide hier oder wir drei hier einfach parallel sind und dann gesagt haben, komm, nutzen wir doch die Zeit und machen hier einen schönen Podcast, was wir immer geplant hatten. Voll cool. Ja und trotz, dass du deine Hypnosepraxis in Berlin hast, warst du auch immer schon viel unterwegs. Du hast ja immer so ein paar Monate Auszeit genommen, also du warst immer schon so eine Art Nomad mit fester Praxis in Berlin. Genau, genau. So Halbzeit digitaler Nomade quasi. Und jetzt mit der Hypnose-App, mit der Selbsthypnose-App, mit der Hypnobox, wo wir später noch drüber sprechen werden, wird das immer mehr werden. Genau, da versuchst du quasi auch, ja, deine Zeit vom Geld auch mit zu entkoppeln, ne? Als nächsten Step mit einer App zum Beispiel. Genau. Genau, wo du ja dann auch viel mehr Leuten helfen kannst, viel mehr Leute erreichen kannst. Genau. Was einfach skalierbarer ist auch. Und trotz allem kann ich hier sein und mit Leuten arbeiten und Workshops machen, dann wenn ich möchte. Also ich habe jetzt schon zwei Workshops hier gegeben auf der Insel quasi, weil die Leute mich gefragt hatten, kannst du mal Hypnose-Workshop machen? Und dann habe ich gestern erst spontan eingemacht, so Offsite vom Festival, nichts Offizielles, aber es war total schön, weil dieses Festival, Ecstatic Dance Festival, sehr schön gestaltet war. Und wir diesen Space, den wir da geschaffen haben, einfach mitnutzen konnten und wir dann ein schönes Feld erschaffen konnten mit der Hypnose. Cool. Ja, da ist hier ein super Playground für, was es hier alles gibt. Und wie bist du denn überhaupt auf das Thema Hypnose gekommen? Also jetzt deine eigene Geschichte, bis du halt zu dieser Praxis kamst? Ja, also ich hatte jetzt früher gar nicht viel mit Hypnose zu tun, sondern ich war lange Zeit Eventmanager. Ich habe in einem kleinen Museum von einem großen, bekannten Autobauer die Gastronomie geleitet und das war ein ziemlich stressiger Job und bin da in der Zeit in richtiges Burnout rein mit Depressionen, Panikattacken, Burnout, also you name it. Bernhard in Burnout. Bernhard in Burnout. Die Dieppe in Burnout. Die Dieppe, genau. Burnout, Burnout. Und da ging es mir wirklich nicht mehr. Und Gastro-Bereich ist ja auch heftig, ne? Gastro, ja, wirklich langweilig auf jeden Fall. Und der Druck ist natürlich hoch und die Arbeitszeiten sind entsprechend unentspannt und bist eigentlich ganz gut unterwegs die ganze Zeit. Und irgendwann sagt Körper und Seele, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und ich habe das viel kompensiert, natürlich auch mit Alkohol, aber auch viel geraucht in der Zeit. Und ich habe wirklich geraucht wie ein Schlot. Ich habe das dann körperlich auch irgendwann gemerkt, eine chronische Gastritis bekommen, die sich dann so geäußert hatte, dass ich irgendwann gar nicht mehr Zähne putzen konnte, morgens ohne einen Wirkreis zu bekommen. Also mein ganzer Körper hat gesagt, so Bernhard, ändere was. Und dann habe ich geguckt, okay, was kannst du denn jetzt ändern, Job wechseln, Anni geht ja gerade nicht. Wann war das? In welchem Jahr? Das war so vor acht Jahren ungefähr. Genau. Machst du ja gerade Karriere, hörst du auf zu rauchen. Dann habe ich irgendwie fünfmal mit dem Rauchen versucht aufzuhören und jedes Mal, wenn ich dann noch Beziehungsstress hatte, habe ich wieder angefangen. Und dann habe ich dann wirklich für so einen hoffnungslosen Fall gehalten. Und wie der Zufall dann so wollte, ist ein Hypnotiseur in mein Haus gezogen. Heute auch bekannt mit dem Namen Alexander Hartmann. Und wir kamen ins Gespräch. In deinem Haus? In mein Haus, wo ich gewohnt hatte. In Stuttgart hatte ich da jetzt gewohnt, genau. Da wo die großen Autobauer sind. Und wir kamen ins Gespräch und erzählten dann eben über Hypnose, was es ist und was es nicht ist. Und dass es gar nichts mit Schlafen zu tun hat, sondern dass es so das großartige Vergnungstuhl ist, das es gerade gibt auf diesem Planeten. Und es ist ja großartig. Ich habe da so ein paar Themen erzählt, was bei mir so Sache ist. Und ich meinte aber auch, Rauchen ist bei mir Thema Nummer 1. Ich denke, wenn ich das hinkriege, schaffe ich andere Sachen auch. Aber da merke ich einfach, das kriege ich alleine nicht hin. Hat mir dann so ein bisschen die Funktionsweise von Bewusstsein und Unterbewusstsein erklärt. Dass nur 5% unserer täglichen Entscheidungen dort bewusst ablaufen und 95% unterbewusst. Und klar, wenn dein Unterbewusstsein eben Raucher ist, dann ist es schwierig, da nur 5% gegenzuarbeiten. Also das ist ein recht unfairer Kampf, womit auch ein Konflikt stattfindet. Die meisten fangen dann mehr an zu essen, wenn sie mit Willenskraft aufhören oder werden total zickig oder genervt. Und fangen dann wieder an zu rauchen, wenn der bewusste Teil ein bisschen schwächer ist. Und er erklärt, dass es in der Raucheranwendung eben darum geht, dass die 95% verstehen, dass das Rauchen nicht mehr das gewünschte Verhalten ist. Und das klang für mich völlig logisch, dass man natürlich das Unterbewusstsein mit ins Boot holen muss, wo die Entscheidungen, die wichtigen, getroffen werden. Und ich glaube, hier wird gerade eine Palme gefällt, irgendwie nebenan. Der Baum ist auf jeden Fall gefallen. Die Palme ist jetzt weg. Die Palme ist weg. Erfolgreich. Erfolgreich. Gut. Genau. Und ich habe gesagt, lass uns das machen. Und wir haben dann eben zwei Wochen später einen Termin gemacht. Und das war eine Sitzung von irgendwie 20 Minuten. Und ich war wirklich frei. Ja, also es war, finde ich, unglaublich. Eine Sache, an der ich irgendwie 5 Jahre gearbeitet hatte, innerhalb von 20 Minuten befreit zu werden. Und habe gesagt, das finde ich so spannend, da will ich mehr darüber wissen, dass wir wieder auch können. Und ich habe dann eben angefangen. Heftig, also nach den 20 Minuten hast du nie wieder angefangen zu rauchen. Bis heute. Bis heute kein Verlangen, kein Gedanke. Klar, es rauchen Leute um mich herum, es ist komisch zu anfangen. Aber das wird mir selbstverständlich. Ja, weil für dich diese Entscheidung nicht mehr getroffen, du bist Raucher quasi. Von Gefühl her bist du Nichtraucher eben. Das war dieser eine Schalter, der umgelegt wurde. Genau, das war der eine Schalter, der umgelegt wurde, weil mein Unterbewusstsein eben verstanden hat, nee, das Rauchen ist nicht mehr das gewünschte Verhalten. Und es war natürlich auch mein Wunsch und Willen. Und somit konnten diese Suggestionen natürlich optimal aufgenommen werden von meinem Unterbewusstsein. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie da die Funktionsweise genau ist, warum Hypnose funktioniert und warum es eben dieses wunderbar effektive Tool ist. Genau, und so kam ich quasi in Berührung mit Hypnose und war so fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, das will ich auch können. Ich habe dann angefangen, meine ganzen eigenen Baustellen, davon gab es damals ja genug, Ja, ich habe es gut schon angedeutet und habe gesagt, das will ich auch können. Da habe ich so viel reingelesen, ganz viel mit Hypnose, ganz viel mit Selbsthypnose gearbeitet, sodass ich jetzt sage, ich bin so die lebende Metapher dafür, dass das Zeug, was ich auch mache, funktioniert. Und deswegen kommen die Leute natürlich auch gerne zu mir, weil ich eben auch selbst durch diese Täler gegangen bin und mich daraus gearbeitet habe und da natürlich auch meinen Klienten die besten Tools anbieten kann, von denen, wo ich fest von überzeugt bin, das sind wirklich die super coolen Tools. Voll cool. Was für Leute kommen am meisten zu dir? Also wollen die meisten zum Beispiel Rauchen auflösen oder gibt es so typische andere Sachen, die ganz viele Menschen haben? Genau, also Ängste und Panikattacken und so, deswegen kommen die Leute größtenteils. Ich habe Leute gehabt, die haben irgendwie zwei Jahre nach das Haus verlassen, mit denen ich arbeite. Wie kann sowas entstehen, so eine Panikattacke, die dann so groß wird, dass das Haus sich nicht mehr verlässt? Was steht dahinter? Da können unterschiedliche Ängste hinter stecken. In dem Fall war es zum Beispiel eine Sozialphobie, wo bei einer Sozialphobie einfach eine Angst dahinter, was denken die anderen über mich? Und du fängst an, ein Vermeidungsverhalten aufzubauen und das Ganze so groß wird, dass du irgendwann gar nicht mal rausgehst, aus Angst natürlich anderen Menschen zu begegnen und da kommt sofort Angst oder direkt eine Panikattacke hoch. Und dann ist natürlich eine Vermeidungsstrategie, einfach zu Hause zu bleiben. Und wenn das dann natürlich irgendwo unterstützt wird von anderen, die dir helfen, ich gehe einkaufen und sowas alles, dann ist das heutzutage alles möglich, dann Lieferdiensten und sowas, dass du einfach nicht mal rausgehen musst. Aber was das natürlich für eine Einschränkung der Freiheit ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber soweit können Ängste einfach einschränken. Ja, cool. Genau. Ich habe in der Zeit, wo ich dann auch an mir selbst gearbeitet habe, eben mich viel in Selbsthypnose reingelesen und vielleicht ein bisschen auf die App auch zu sprechen zu kommen. Ich habe viel über Selbsthypnose gelesen, weil es geht ja im Prinzip bei der Hypnose darum, dass dieser Filter, der unser Unterbewusstsein vor Veränderungen schützt, in der hypnotischen Trance, wo man alles mitkriegt, alles hört, sich an alles erinnert, quasi aufgeht wie so ein Tor und neue Gedankenverhaltensvorschläge ins Unterbewusstsein reingebracht werden können. Das mache ich in der Hypnose über zum Beispiel Suggestionen, über neue Gedankenverhaltensvorschläge, über ursachenorientierte Arbeit. Also da gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die man da nutzen kann, dass eben die richtigen Informationen im Unterbewusstsein neu verknüpft werden oder es im Unterbewusstsein auch wirklich verstanden wird, was das neue, gewünschte Verhalten ist. Und ich habe dann viel über Selbsthypnose gelesen, weil man kann, jede Hypnose ist im Prinzip Selbsthypnose, man kann ja selbst in eine Trance gehen. Der Hypnotiseur ist ja immer nur derjenige, der einen anleitet, in die Hypnose reinzugehen. Also erst nur, ich sage immer, ich bin dein Tourguide oder ich bin wie ein Trainer, der dich anleitet, der wie einen Sportler anleitet und dadurch die besten Ergebnisse erzielt und dir oder dem Klienten hilft, die richtigen Ressourcen zu aktivieren, was schon alles in den Leuten drin ist, sie nur aktiviert werden müssen und wieder an die richtige Stelle gebracht werden müssen. Also es ist schon alles da, ich helfe nur, es wieder zu aktivieren und dann dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird, dass man eben die Sachen transformieren und auflösen kann. Ich habe dann viel über Selbsthypnose gelesen, wie das alles funktioniert, wie man in eine Trance geht und irgendwie in den Büchern stand überall, ja, man muss mindestens zehn Wochen die gleiche Suggestion hören, damit man eine Veränderung spürt. Und da habe ich gesagt, so boah, wenn ich jetzt zehn Wochen lang eine Suggestion höre, dann langweilt mich das, glaube ich, zu Tode. Erstens. Zweitens brauche ich ewig meine ganzen Baustellen, die ich habe und bin dann irgendwann mit 50 fertig mit meinen Themen. Ich glaube, das geht anders. Ich habe dann den Ansatz entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, wenn du mit der richtigen Motivation die richtigen Suggestionen hörst, dann kannst du unterschiedliche Themen in einer Session bearbeiten. Ich habe dann also angefangen, mir selber Suggestionen zusammenzuschreiben, habe angefangen, mir die aufzunehmen und dann im Ableton Live, das ist so ein Audioprogramm, mir selbst die Sachen so zusammenzustellen für den Tag, wie ich sie eben brauche. Und mir dadurch meine eigenen Selbsthypnosen customizt im Prinzip. Und habe gesagt, boah, ich habe dadurch unglaublich tolle Erfahrungen gemacht und gesagt, ja, ich glaube, das funktioniert. Und alles, was ich einfach im Internet gefunden habe, so YouTube, Selbsthypnosen, da ist entweder der Inhalt nicht gut gewesen, entweder sind die Sprecher nicht gut gewesen oder die Musik, ja, also schlechte Hypnose-Musik im Hintergrund ist einfach ein Trance-Killer, seien wir ganz ehrlich. Und ich habe gesagt, das müsste man alles anpassbar machen und da ist die Idee geboren, hey, was wäre, wenn man eine App hätte, wo man genau das alles machen kann. Ja, gibt es bisher nicht. Also ich möchte eine richtig umfangreiche App machen, wo man selber sich die Sessions zusammenbauen kann. Welche Hypnose-Einleitung möchte ich hören? Welche Vertiefung möchte ich haben? Welche Hypnose-Teile, welche Inhalte möchte ich dann bearbeiten? Und dann, wie möchte ich wieder rausgeleitet werden? Welche Musik möchte ich haben? Ich möchte die Möglichkeit haben, mir selber Sachen aufzunehmen, Sachen selber zu importieren. Und ja, habe dann über dreieinhalb Jahre quasi geschrieben und aufgenommen und mit Programmierern zusammenzu gearbeitet. Also da war so ein Team von über 40 Leuten. Also schon dreieinhalb Jahre bist du gerade? Ne, ne, über viereinhalb Jahre mittlerweile. Die App ist jetzt schon anderthalb Jahre auf dem deutschen Markt quasi, in den deutschen Stores und wir bringen jetzt in Kürze die englische Version raus. An der haben wir jetzt über ein Jahr gearbeitet. Und ja, in Deutschland läuft hier einfach super, weil es kein verwechselbar, also kein anderes Tool gibt, was das kann und wo man mit Hypnose so individualisierbar machen kann. Und da bin ich sehr glücklich drüber, dass das so schön angenommen wird, dass die Leute, denen meine Stimme gefällt, man kann aber zwischen Frauen- und Männerstimme wählen, weil einfach manche fühlen sich von einer Frauenstimme mehr angesprochen. Wir haben die Suggestionen, haben wir extra in der Ich-Form gemacht, dass die Suggestionen deine Gedanken werden, weil das ist meiner Meinung nach der effektivste Weg, um Suggestionen zu verinnerlichen. Lass die Worte zu deinen Gedanken werden. Ja, damit haben wir aber auch ein bisschen rum experimentiert und geguckt, welche Anredeform ist die richtige. Aber wir müssen sagen, dass das sehr gut angenommen wird und die Leute auch tolle Veränderungen machen und wir auch permanent natürlich dabei sind, die App zu verbessern, neue Inhalte hinzuzufügen, reinzunehmen. Und mittlerweile haben wir über 500 Suggestionen drin, das sind ungefähr fast 22 Stunden Audiomaterial pro Stimme, die jetzt zur Verfügung stehen zum Beispiel. Also das Ziel ist es, wenn die englische Version kommt, die umfangreichste Diagnose-App der Welt auf den Markt zu bringen. Also ich denke da immer gerne ein bisschen größer. Und nächste Sprache ist schon in der Pipeline erst im Spanisch. Und dann können wir mit jedem Mal, wenn wir was reingespielt haben, quasi die nächste Sprache entwickeln, sodass wir wirklich ein Tool haben in unglaublich vielen Sprachen, wo jeder einen günstigen oder eigentlich sogar einen gratis Zugang zur Selbstsignose hat. Weil er kann dieses komplette System nutzen, sich Selbstsuggestionen aufzunehmen, ohne einen Cent dafür auszugeben. Jeder kann die App kostenlos testen, jeder kann sich selber Sachen importieren, aufnehmen. Das war mir wichtig, dass man da irgendwie nicht gleich in so ein System reinkommt, hey, ich muss da jetzt direkt ein Abo abschließen, sondern nutze das erstmal, teste ein bisschen, kriege Freude dran, und wenn es dir gefällt, dann kaufst du weitere Bausteine oder du willst alles haben, dann gibt es unterschiedliche Modelle, wie man da zahlen kann. Spannend. Komplett modular. Genau. Spannend. Jetzt habe ich viel erzählt. Ja. Aber ich habe halt viel zu erzählen. Achso, ja. Klar, immer raus damit. Da ist alles raus, das können sie wissen. Und wo können Leute mehr über deine App erfahren? Genau, klar. Über meine Internet-Domain www.hypnobox.de Einmal, ich glaube, du hast auch schon, kannst du gleich nochmal einen Link irgendwo posten, wo du dann direkt weitergeleitet wirst, kannst anklicken, bist du Android- oder IOS-User und dann kommst du direkt in die App oder in die Playstore und kannst dann einfach die App mal runterladen und gratis quasi testen. Ich hau da auf meine Kommentare. Sehr gut. Wir sehen hier ein paar Palmen, aber... Die sind hier gut beschäftigt. Ich kriege neue Bungalows hier nebenan. Ah, hier habe ich es auch. Ja, geht gut ab heute hier. Perfektes Timing. Ja, es ist immer so. Genau dann, wenn man es nicht braucht, passieren Sachen, aber das sind Challenges, über die man rübergehen soll. Jedes Kettensägengeräusch entspannt uns einfach noch tiefer und tiefer und tiefer. Und zwar haben wir es gut geframed jetzt. Geil. 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 Cool. Und was hast du noch für die nächsten Monate, also das ganze Jahr über vor? Willst du noch ein bisschen mehr reisen, auf Events gehen, auch Live-Workshops reisen oder so? Genau. Ich mache Workshops auf dem Africa Burn Festival und auf dem Burning Man. Also das sind schon festgebuchte Workshops, die ich mache in den Conscience Camps, die da sind. Also das eine ist im Hardspace auf dem Africa Burn und das. Der geht richtig ab. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir auch noch was versteht. Und dass wir gehen rein, ob ihr uns noch hört. Hört ihr uns noch? Der nimmt gerade die ganze Palme auseinander. Macht seinen ganzen Vorgarten macht er gerade platt. Weiß nicht, was er da plant. Und auf dem Burning Man mache ich einen Hypnose-Workshop im Naked Heart Camp. Genau. Ah, cool. Genau. Und dann natürlich auf der DNX. Yes, in Berlin. Auf der DNX in Berlin. Und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Das wird auch bestimmt eine super tolle Veranstaltung. Ich freue mich auch schon total auf den Workshop, wo ich natürlich auch Hypnose erfahrbar mache, noch mehr ins Detail gehen kann und Fragen beantworten kann und ihr unterschiedliche Arten von Hypnose auch kennenlernen könnt. Also ich bin ja immer dabei, neue Sachen zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel auch in der App, gibt es auch die sogenannte Flow-State-Hypnose oder Aktiv-Wach-Hypnose. Das heißt, man kann auch über Bewegung in eine Trance gehen, in eine Hypnose gehen. Das hast du auch einmal mit mir gemacht. Das habe ich mal mit dir gemacht. Genau, genau, genau. Hast dich auf den Ergometer gesetzt und dann haben wir quasi eine Aktiv-Wach-Hypnose gemacht und durch diese regelmäßige Bewegung, da geht es dann nicht entspannter, tiefer, sondern wacher, aktiver, dymamischer, kommst du in so eine Bewegungstrance rein und auch dann ist dein Unterbewusstsein offen für neue Gedanken und Verhaltensvorschläge und kannst eben wunderbar neue Suggestionen aufnehmen und dir das auch alles in der App zusammenstellen. Das werde ich dann auch mal in der Gruppe auf jeden Fall auf der DNX machen, dass es mal erfahrbar wird. Und einfach das Coole ist, dass man somit quasi Veränderungsarbeit und Sport miteinander verbinden kann. Also ich habe so viele Leute, die mittlerweile in die Fitnessstudios gehen, sich die Dinger aufsetzen und die App nutzen. Genau, App nutzen und dadurch einfach auch sagen, hey, ich laufe seitdem viel weiter, wenn sie joggen gehen. Das geht auch beim Joggen, ja, selbst mit Augen auf und sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kriege eine Suggestion, dass du auf dem Straßenverkehr das beachtest und sowas. Das ist überhaupt kein Problem, das auch dann draußen zu machen. Cool, die anderen hören uns alle klar und deutlich bis nach Hawaii, sagt die Sarah. Bis nach Hawaii. Großartig. Super, grüße nach Hawaii. Grüße nach Hawaii. Ist ja wirklich einer auf der anderen Seite. Hammer. All right, we are back on track. Okay, wir waren gerade bei den App-Installs, glaube ich, wie man an den App-Installs generiert, was für Werbemaßnahmen man da macht. Genau, also das Wichtigste ist erstmal natürlich eine gute organische Sichtbarkeit im App-Store zu haben. Deswegen ist diese ganze ASO eben so wichtig, dass die Keywords stimmen. App-Store Optimization. App-Store Optimization, genau, ASO, dass die Keywords stimmen. Und dann ist meiner Meinung nach und der Erfahrung nach, ist das, wo du den meisten Return of Income hast, definitiv die... Return of Income. Return of Income, Entschuldigung, die Apple Search Ads. Also wo man dann eine Anzeige auf eben bestimmte Keywords im App-Store setzen kann und da ist erfahrungsgemäß wirklich das Geld am besten investiert. Da kommt am meisten einfach zurück. Okay, und das ist dann quasi ein Bieterprozess wie bei Google AdWords oder Facebook. Genau. Mehrere Leute bieten auf ein Keyword. Genau, genau, genau. Wie gut wird das geklickt? Ganz genau. Du kriegst einen Relevance-Score und spätst du dann für die Impressions? Genau, genau so läuft das und du kannst das dann runterrechnen auf den Cost-Per-End-Store. Genau, der sagt dir dann am Monatsende quasi, was dein durchschnittlicher Cost-Per-End-Store ist. Du sagst, was ist dein Budget und damit kannst du dann ganz gut kalkulieren und wenn du dann ein gutes Tracking-Programm für deine App entsprechend hast, dann siehst du natürlich auch, wie viel geben denn die User aus für was. Das ist dann Customer Lifetime Value, ne? Genau. Und darum wollen viele da auf Subscription optimieren beziehungsweise dir Subscriptions empfehlen, weil dadurch der CLB steigt, aber letztendlich sollte man ja auch ein bisschen danach gehen, was will der User wirklich. Und gerade in Deutschland, glaube ich, ist diese Abo-Geschichte auch erstmal, muss erst gelernt werden. Genau, die muss erst gelernt werden, deswegen ist das optional und wird dann aber gut angenommen, wenn die Leute verstehen, okay, welchen Mehrwert hat denn das? Und ich bin nicht gezwungen, dieses Abo jetzt wirklich zu machen, aber vielleicht später. Ja, also das heißt ja nicht, dass er das jetzt nicht macht, sondern vielleicht später und er einfach volle Flexibilität hat. Ich werde das direkt morgen mal auf dem Flug nach KL, nach Kuala Lumpur, alles austesten, Werner. Das machst du? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Flugangst ist drin, aber ich glaube, das ist nicht dein Thema. Wir haben ja super viele Suggestionen drin, was Erfolgsprogrammierung angeht, also die Erfolgsbox, also die Themen innerhalb der Box sind nochmal in Boxen unterteilt, in Themenboxen, die man dann einzeln noch kaufen kann. Und da ist die Erfolgsbox wirklich die umfangreichste drin, weil für Selbstsygnose das für Erfolg zu nutzen, ist einfach das Beste, was du machen kannst. Dann hast du das richtige Mindset und dann ziehst du die Sachen natürlich auch an. Ich habe noch eine Frage zum Marketing. Macht das auch Sinn, dann externen Traffic auf die Landingpage von der Hypnobox.de zu generieren, das organisch oder paid? Oder holst du die Leute erst da ab, wenn sie im App Store sind und optimierst dort? Oder sind das dann so die Next Steps? Das sind Next Steps. Ja, genau. Das wären natürlich Next Steps. Also da kann man super, super viel machen. Ich habe da auch super viele Ideen. was Marketing angeht auch noch. Ja, macht Spaß, ne? Das macht schon Spaß, weil ich dann natürlich mehr in diese Umsetzung dieser neuen Marketingideen reingehen kann. Im Moment mache ich natürlich das, was... Hier, ein schönes Bild. Hier jagen gerade zwei Hunde ein Moped. Der Oscar und der Lambda. Der Oscar. Die beiden Local Dogs. Genau, genau. Es war gerade eine schöne Szene. Käptensäge. Wir lachen mussten. Käptensäge, genau. Wir haben ja alles, gerade alles geboten. Genau. Also klar, auch Facebook-Videos und Carousels. Alles möglich. Riesenspielwiese. Riesenspielwiese. Return of Investment. Im Moment würde ich sagen, durch die Apple Ads Searches, weil du da sehr genau die Leute abholst, die wirklich genau gucken und suchen, was will ich und genau die richtigen dann abholst. Das ist so meine, unsere Erfahrung gerade. Die Suggestionen auf Deutsch, hast du die eingesprochen? Genau. Nee, nee, nee. Das ist meine. Ich bin professioneller Speaker und Hypnotiseur und habe die selber eingesprochen. Die weibliche Stimme hat eine Kollegin von mir aus Berlin, die Birgit Feest, eingesprochen. Und deswegen kannst du ja wählen. Für die englischen und für die spanische Version, das werden dann, sind dann, sind dann Native Speaker. Also dann, der App Store erkennt quasi, welche Spracheinstellungen du hast auf deinem Telefon. Es wird automatisch dann, wenn du Englisch installiert hast, wird dann Englisch installiert oder wenn du, keine Ahnung, Chinesisch installiert hast, wird auch Englisch installiert, weil das so natürlich weltweit die Sprachnummer 1 ist. Wenn deine Spracheinstellung Deutsch ist, wird dann die deutsche Version mit meiner Stimme installiert. Aber wir haben wirklich sensationelle Sprecher für für die englische Version, also sowohl der männliche Sprecher ist ein ganz erfahrener Meditationssprecher, zweisprachig auch, macht das in Englisch, eine ganz tolle, warme Stimme. Die Melissa, die hat so afrikanische Wurzeln, hat so eine ganz warme, ja, wie so eine African Mama, ist das ganz, ganz, ganz wohlig. Also wirklich, wirklich schön auch, die englische Version, bin ich sehr, sehr glücklich drüber und bin dann gespannt, wie sie dann natürlich, wenn sie jetzt die nächsten Tage released wird, wie sie dann in der großen, weiten Welt angenommen wird. Cool, ist ja super spannend. Kann man dann auch so Insights vom Traffic sehen? Wie oft nutzen die Leute die App? Wie lange nutzen sie diese Daily Usage? Kannst du alles machen, kriegst du über, einmal kannst du natürlich die Store-internen Tools nutzen, aber es lohnt sich natürlich diverse Tracking-Tools in die App zu integrieren. Und das ist auch erlaubt. Und das ist dann auch erlaubt. Du musst nur bei Datenschutz darauf hinweisen, dass du diese Daten auch wieder abtreten, dass diese anonyme Daten, die irgendwo gesendet werden, natürlich, das kann man, das sollte man jeder App dann auch ausstellen können, kann man bei uns natürlich, dass das Datenschutz-mäßig einfach auch sauber ist. Wäre natürlich sowieso alles anonymisiert, von daher sehen wir ja auch nur, okay, was, das User-Verhalten, das User-Verhalten, wo bricht der denn ab, in welche Richtung hinter interessiert, wo hängt der vielleicht, also da gibt es super viele Tracking-Möglichkeiten heutzutage, die, sag ich mal, Entwicklern es enorm vereinfachen zu sehen, okay, wo hapert es denn in der App, wo mag es im Kaufprozess vielleicht hapern, das sind alles, alles tolle Sachen. Und wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn man jetzt auf Autosuggestionen sich hypnotisieren möchte, sind das dann immer einzelne Wörter oder sind das dann auch ganze Storys, die getailt werden, kann man sich das modular zusammenbauen, was genau da passiert. Alles im Prinzip. Also du hast sowohl die Möglichkeit, mit einzelnen Sätzen zu arbeiten, die nennen sich bei mir dann Mantren, also du hast wirklich super viele einzelne Sätze, die sich dann immer wieder wiederholen, die du zusammenbauen kannst in die Sessions oder du nimmst dir ein Thema, jetzt Selbstbewusstsein, wo im Prinzip in einem Block quasi wirklich durcherzählt wird, was so die Ressourcen sind, die du brauchst und kannst dadurch das richtig schön verinnerlichen. Es ist eine Zielfrage, manche verbinden das. Ich finde zum Beispiel die Mantren oder Power-Sätze zum Beispiel sehr gut für diese Flow-State-Hypnose und dann auf dem Stepper bist und dann so ein Satz hat. Flow-State ist geil, weil es auch eine Company von uns. Flow-State. Ja, wirklich? Ach was? Flow-State. Und du dir dann wirklich im Tempo dann einfach die Sätze wiederholst, ja, oder laut aussprichst oder so, je nachdem, was du möchtest. So im Rhythmus sein. Genau. Aber wir haben auch, genau, genau, sehr gut. Aber wir haben auch zum Beispiel Sachen wie schamanische Reise drin oder in der spirituellen Box oder Meditationen drin, die dann wirklich eine ganze Story quasi beinhalten und wie so eine Fantasie-Reise sind. Aber das sind eher die weniger. Und es geht bei mir erst darum, um die direkten Suggestionen, dass die, dass die ankommen. Cool. Jetzt mäht die Mama hier den Rasen noch. Jetzt wird Rasen gemäht. Also ja, so laut ist es normal nie bei uns. Aber heute geht es so richtig ab. Heute ist Montag, heute will jeder mal seine Palmen fällen und den Rasen mähen. Der Rasensprengler ist auch an. Also überall, wo man hinguckt, ist irgendwas los. Action. Sehr authentisch. Hier wird gearbeitet. Genau. Sehr schön. Aber, Bernhard, super cool, dass du halt diese fette Vision hast. Ich meine, das muss man ja auch erstmal alles umsetzen. Das sind ja ein Riesenprojekt da, wo auch bestimmt super viele Herausforderungen kommen. In der Tat, ja. Genau. Das interessiert mich gerade nochmal. Wie gehst du persönlich mit Herausforderungen um, wenn irgendwas kommt, wo du denkst, scheiße, das habe ich nicht eingeplant, das ist jetzt doch anders als ich wollte oder länger dauert bei so einer App? Ja, erstmal dauert alles länger, weil es immer irgendeinen Bug oder mal irgendein Problem gibt. was jetzt gar nicht unbedingt immer Fehler von Agentur oder sowas sind einfach Probleme, die auftauchen. Die Hypnobox ist eine wirklich komplexe App, weil die super viel kann einfach mit den ganzen Aufnahmefunktionen, Filterfunktionen mittlerweile, wirklich mit diesen Durchsortieren und wie groß der Inhalt ist. Also da steckt ja nicht nur das Frontend, sondern auch ein riesen Backend hinter, wo diese ganzen Daten von 500 Suggestionen erstmal natürlich auch irgendwo gehostet werden und das Ganze angelegt werden muss. Also das ist mit jeder Sprache, das ist immer eine riesen Arbeit einfach, das erstmal aufzubauen und dahinter zu setzen. Ist das nicht auch mal ein schmaler Grad zu überlegen, was ist essentiell, was sind die Basics, was muss drin bleiben, wir wollen die App möglichst einfach halten, dass sie jeder nutzen kann. Auf der anderen Seite wollen wir auch viele Features und uns abheben, eigene USP haben, auf die Kundenwünsche eingehen. Genau. Wie entscheidest du da? Genau, das ist da, es kommt jeden Tag, kommt irgendeine Mail rein mit einem Vorschlag von einer Suggestion oder ich hätte gerne das und das Feature drin. Und manchmal muss man einfach gucken, okay, was ist dieses Feature sinnvoll, das reinzunehmen, was kostet dieses Feature, das umzusetzen, was kostet die Programmierung, ist das wirklich sinnvoll? Wir haben wirklich einige Features, die gewünscht waren, umgesetzt und die auch wirklich sinnvoll sind und waren, das kann man dann in Einstellungen teilweise sehen und einstellen, dass man die Anfangslautstärke von einzelnen Suggestionsblocken zum Beispiel anheben oder absenken kann, ja, dass es ein bisschen softer und smoother ist, dass man Pausen selber einstellen kann zwischen den einzelnen Teilen und sowas. Also haben da sehr, sehr viel umgesetzt. An Wünschen auch, die ich auch als sinnvoll empfunden habe, gesagt haben, ja, das macht die App einfach noch besonderer natürlich, aber es gibt auch Vorschläge, die einfach natürlich nicht umsetzbar sind und ich habe eine Riesenliste an Suggestionen, die sich die Leute wünschen, 500 Suggestionen ist jetzt alles drin, aber da kommen immer noch Themen jeden Tag rein, die gewünscht sind und sie schreiben mal auf die Liste und dann muss man mal durchgehen, was wollen wir davon umsetzen, was nicht. Einige Wünschen sind sehr, sehr speziell. Einige Wünschen sind sehr, sehr speziell. Ein kleines, kleines Foto, genau. Und dann muss man einfach gucken, okay, sagt man dem User oder Klienten jetzt, hey, probiere doch, dir selbst die Sachen einzusprechen, dir selber Suggestionen zu schreiben. Ich habe ein Tutorial-Video quasi auf Hypnobox.de oder am YouTube-Kanal, wo ich erkläre, wie kannst du selber deine eigenen Suggestionen schreiben, was ist zu beachten, wie in der Ich-Form, im Präsens, dass du möglichst gut deine Vision klar hast, weil umso mehr kannst du es natürlich verbalisieren und umsetzen und das Ganze dann manifestieren in der Hypnose. Also so ein paar Sachen, die da einfach beachten mussten. Dann kannst du selber anfangen, Suggestionen zu schreiben, dein eigener kreativer Hypnotiseur zu werden. Und das finde ich natürlich immer super gut, wenn die Leute dann wirklich anfangen, hey, ich nehme mir selbst mein Zeug auf und nutze diese App als Baustein und dieses Ganze, was eben möglich ist, damit zu machen. Also sag mal, wenn du jetzt hier gerade bist, machst du dann wirklich mehr Urlaub oder hier und da mal ein Wörter oder arbeitest du auch und guckst, was kommt für E-Mails rein, wie kann ich weiter in der App machen und blablabla? Beides. Beides, ne? mitzunehmen auch hier. Jetzt mache ich morgen zum Beispiel einen kompletten Tag, wo ich nur App machen werde, weil es für die englische Person einiges vorzubereiten gibt und sonst ist natürlich immer mal Zeit für, um ins Meer zu springen und um Leute zu treffen. Also ich finde gerade eine sehr schöne, einen sehr schönen Mix. Jetzt gerade die härteste Workshop-Phase ist quasi vorbei. Ich war dann noch auf dem Ecstatic Dance Festival mit involviert und habe co-facilitated, was so Breathwork anging und bin jetzt ein bisschen freier und werde die Zeit natürlich einmal für mich nutzen, um ein bisschen auch die Insel noch mehr zu entdecken. Es kam bisher ein bisschen kurz und wirklich mit dem Roller so die schönsten Strände hier so ein bisschen abzufahren. Ein paar Maschwums mitnehmen. Ein paar Champignons, genau. Genau, also ein bisschen Zeit einfach die schönen Sachen zu machen hier. Workshop ist super schön, also toll und ich gebe auch gerne Workshops, weil es einfach Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten. Also kann ich hier super viel von den Sachen, die ich wirklich liebe und mache, verbinden und fühle mich einfach sehr wohl. Deine Praxis ist dann einfach zu, oder? Nein, nein, nein. Meine Praxis ist zu, ist geschlossen und die macht dann wieder auf, wenn ich wieder da bin. Gut, jetzt bin ich schon wieder über Wochen voraus ausgebucht. Das war aber schon vorher klar, dass das so wird. Aber da freue ich mich natürlich drüber, dass ich weiß, hey, ich komme wieder, arbeite dann meine Zeit, habe die Zeit offen und dann geht es wieder los. Dann arbeite ich wieder und dann geht es wieder los. Also das ist schon... Ist denn irgendwann auch ganz lange Zukunft, wenn du sagst, boah, die App geht voll ab, ist dann auch dein Plan, diese Praxis wirklich dann auch komplett irgendwann zu schließen? Oder was ist so deine größte Vision, dass du anders lebst oder in Berlin bleibst? Das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Im Moment, so wie ich es jetzt mache, gefällt es mir gut und ich arbeite und therapiere auch sehr gerne. Also das ist auch was, was ich gerne mache. Es wird natürlich weniger werden, weil natürlich mein Schwerpunkt sich gerade ein bisschen in Richtung Trainings, Workshop, Public Speaking einfach entwickelt. und meine Mission ist einfach, Hypnose super viel, möglichst vielen Leuten einfach zugänglich zu machen und das skalierbar zu machen kann ich natürlich dadurch am besten, indem ich einem größeren Publikum irgendwie zugänglich bin. Ob das jetzt durch Public Speaking, Workshops, Trainings oder ähnliches ist. Online kannst du natürlich viel mehr erreichen als One-on-One. Genau, genau, aber es macht mir unglaublich viel Spaß One-on-One. Es gibt unglaublich viel auch mir zurück. also das ist etwas, das kann Geld gar nicht bezahlen, was da an Dankbarkeit auch zubekommt. Das ist eigentlich das Schönste und das möchte ich natürlich irgendwie gar nicht missen, da so Einzelschicksale den Leuten wirklich zu helfen durch eine Technik, in dem sie vertrauen, wirklich Ängste oder Dinge aufzulösen, von denen sie dachten, es wäre nicht möglich. Klar, es gibt keine Heilversprechen oder Garantien, Hypnose ist ein Tool, aber meiner Meinung nach wirklich eines der effektivsten Tools, die es gibt, weil unsere Probleme sind einfach unterbewusste Probleme, wenn wir sie haben, werden sie bewusst, könnten wir sie bewusst lösen, aber es ist einfach, das meiste ist einfach unterbewusst verknüpft und deswegen fällt es zu uns so schwer, uns zu verändern, aber Hypnose, da ist der Hund wieder, aber mit Hypnose ist es einfach möglich, da wirklich, wirklich einen Zugang zu finden und die Veränderungen an die Stelle zu bringen, wo es benötigt wird. Okay, wie bist du auf den Namen Hypnobox gekommen? Hypnobox kam mir irgendwie ein bisschen gebrainstormt und es sollte irgendwie irgendwas Schönes sein, weil es darum geht, hey, man bastelt sich selber wie so eine Box zusammen, so ein Geschenk zusammen und ich möchte die Themen auch in Boxen haben, also du beschenkst dich irgendwo selbst in der Box, aber es ist auch was Kompaktes, was du in dem Telefon drin hast, also es hat was mit Kompaktheit zu tun, schön verpackt und praktisch, ja praktisch, anwendbar, so ist im Prinzip der Name entstanden und wird international auch überall verstanden im englischen Bereich, also funktioniert eigentlich in jedem Land und von daher Also war das von Anfang an klar, dass du noch andere Länder machen willst oder kam das dann erst nachdem du das erste Also die Vision hatte ich schon vorher, aber es war klar, ich mache jetzt erstmal Deutsch und gucke, wie funktioniert es, wie wird es angenommen und mache das Ding überhaupt Geld natürlich, weil wenn das jetzt, wäre das jetzt ein totaler Flop gewesen, hätte ich natürlich gesagt, komm, war schön, jetzt habe ich eine App, die für mich funktioniert und ich finde sie toll, weil ich sie genau so kreiert habe, wie sie mir gefällt, noch mit tollen Ideen von den Usern, die gesagt haben, hey, noch das und das Feature und haben die App jetzt wirklich so weit verbessert von der Intuition her, vom Workflow her, dass ich wirklich sagen kann, ja, damit kommt dann jetzt auch mit dem Redesign auch wirklich jeder gut zurecht. Was hat dich die ganze App oder das ganze Projekt gekostet? Wo ich im Moment bin? Ja. Viertel Millionen. Krass. Ja. Häftig. Ja. Hast du viele Beta-Tester am Start gehabt? Ich habe viele Beta-Tester am Start, genau, denen danke ich auch und die das Ganze auch gut unterstützt haben bisher und die das immer testen und auch wirklich teilweise leiden mussten, weil natürlich auch in einem Beta-Test wirklich auch manchmal Bugs drin sind, da mussten sie die ganze wieder löschen und hatten sich aber schon Sachen zusammengestellt und das ist in einem Beta-Prozess natürlich Das ist immer noch über diese App Flight. Test Flight. Test Flight. Genau, über Test Flight läuft das. Bei Apple zum Beispiel, bei Android läuft das alles komplett anders. Ach, und du hast ja auch direkt parallel für beide Plattformen programmiert, ne? Ja, für beide, direkt, direkt für beide Plattformen, genau. Also Android und iOS. Okay, ja, fast. Genau. Und hast du, das interessiert mich gerade auch noch, ganz am Anfang, also hast du mit deinen Ideen gestartet oder hast du da auch schon Umfragen gemacht, was Leute wollen? Ich habe größtenteils natürlich die Erfahrung aus meiner Praxis, wenn wir jetzt von Inhalten für die App angehen, haben wir natürlich viel geguckt, was sind denn die Themen eigentlich, die die Leute bewegen? Was würde ich denn haben wollen? Ja, was sind die Themen, die gefragt sind? Und danach habe ich erst mal, sage ich mal, die Suggestionen zusammengestellt. Es haben auch andere, andere Experten auch Suggestionen geschrieben, ja, wo zum Themen, wo ich jetzt zum Beispiel gar nicht so drin bin, Hypnobirthing zum Beispiel, hat eine Hypnobirthing-Expertin für die entspannte Geburt geschrieben. Ich habe eine Expertin drin, die hat für Kinderhypnose was geschrieben, für Eltern auch, gibt extra eine Elternbox. Ich habe einen Experten, der hat was für Studenten und Pädagogen geschrieben, ja, die Birgit Feest, die die weibliche Stimme eingesprochen hat, hat ganz viele Suggestionen auch geschrieben, ja, also, dass da wirklich viele, viele Mutfallhypnose, hat auch was zugeschrieben, also, ich habe wirklich viele, viele Leute mit reingebracht ins Boot, wo ich sage, hey, ihr habt eine bestimmte Expertise, wollt ihr Suggestionen für die Hypnobirthings schreiben. Und du kriegst ja auch alle, wenn du Therapeut bist, du kriegst ja auch alle Skripte, kannst du online quasi in einem Shop noch erwerben, ja, was du dir als Therapeut dann als Inspiration nutzen kannst oder sogar vorlesen kannst, ob das jetzt in einem Coaching drin ist, für Coaching oder für Hypnose kannst du alles nutzen, ja, also, das ist dann noch ein weiterer Markt, den ich quasi erschlossen habe, quasi der Skripte-Shop, der dann auch noch nützt. mit dran hält, ja, aber die sind auch nicht teuer, also, mir geht's, da geht's mehr darum, hey, Leute, arbeit ihr damit. Fette Sache, Bernhard, wirklich. Ja, Hut ab, Ja, da steckt viel Herzblut, viel Arbeit und auch Investment natürlich drin, aber wenn du sagst, okay, ich glaube daran, dann geht das, dann manifestierst du das so innerlich und wie gesagt, ich will immer die lebende Metapher dafür sein, dass das funktioniert und ich arbeite auch heute noch mit der App und manifestier die Sachen und deswegen geht mein Fokus, die Energie da rein und ich glaube da einfach super fest dran, dass das einfach ein tolles Produkt ist, dass durch diese Liebe, die da drinsteckt, durch das Herzblut, was da drinsteckt, einfach das rüberkommt und die Leute auch verstehen. Absolut. Und Trili und ich, wir beide waren ja auch schon bei dir in der Praxis. Genau. Und ich kann nur bestätigen, dass du echt einer der Besten bist in dem Bereich und hast mich in eine tiefe, tiefe Hypnose gebracht und viele Sachen auch ausgelöst. Und deine Praxis ist auch so gemütlich. Das ist schön. man kann ganz so verschiedene Sachen auswählen. Genau, du hast verschiedene Entspannungsmöbel, die du wählen kannst. Genau, das fand ich cool. Ich arbeite ja auch in den Stühlen auch mit Vibrationen, auch mit Musik, die genau angepasst wird zu den Prozessen. Und du warst so nah, weil ich hatte Kopfhörer drauf und du hast eigentlich gesprochen. Genau, genau, genau. Ich arbeite ein bisschen anders. Das war echt eine wunderschöne Traumreise und es wurde auch nochmal bei mir persönlich viel umprogrammiert und aufgelöst. Sehr gut, sehr, freu mich. Wenn jetzt einer mal zu dir in die Praxis kommen will, wie lang voraus bist du jetzt ausgebucht? Wann hast du dir Termine? Kommt immer drauf an. Also meistens so um die zwei Monate. Im Durchschnitt, je nachdem, wie lange ich dann natürlich auch auf Reisen bin und dann wiederkomme, einfach eine Mail schreiben oder anrufen. Die URL ist www.kiez-hypnose.de Genau. Ist auch ein geiler Name, ja. Genau. Kiez, es geht um den Berliner Kiez, nicht um den Hamburger Kiez. Berliner Kiez ist wie so ein Viertel, so die Nachbarschaft. Der Hamburger Kiez, eher der Kiez, ist das Verbindungsviertel. Also ich bin ein Berliner Kiez. ein Petersburger Kiez, da hast du einen Kiezfriseur, einen Kiezbäcker und eben auch die Kiezhypnose. Geil, geil, geil. Sehr gut. Nee, cool, Bernhard. Geil, dass du hier bei uns auf Kokopoko, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Wo sind wir? Kupangang. Genau. Dass wir das hier live mit dir machen konnten und ja, dass du unsere, der NX-Community mit auf eine Reise genommen hast in die Welt der Hypnose und deine Geschichte. Und alle, die Bock haben, jetzt Bernhard auch persönlich kennenzulernen, laden wir herzlich ein auf das DNX-Festival in Berlin. Yay. Diesen Sommer im Juno, alle Infos dazu unter dnxfestival.de. Bernhard ist mit dem Workshop am Start. Genau. Schon mega drauf. Die Hypnobox gibt es unter hypnobox.de. Alle Links klein wir auch noch mal in die Show Notes rein. Danke lieber Bernhard für deine Zeit. Ich danke euch. Ja. Für die Einladung, das geschafft haben. Cool. Super, trotz aller Widrigkeiten hier. Trotz einmal mal gucken, was gleich passiert. Der Rasensprenger, der hier vorne wahrscheinlich angeht und das noch nass macht. Der letzte Mal wollten wir was aufnehmen, da kam der wirklich bis hier. Ach echt? Auf den Balkon, der Rasensprenger. Alright, wir sind jetzt raus, bevor der Rasen hier wirklich in die Luft sprengt. Genau. Wollen wir alle in die Luft gehen, beenden wir jetzt lieber den Podcast. Peace and out. Danke, tschüss, ciao. 3, 2, 1, stop and listen. Jetzt kommen noch extrem wichtige Infos für dich. Zuerst einmal 1.000 Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne zu drei Dingen einladen, die garantiert dein Leben verändern werden. Bist du Experte, Coach oder Trainer und möchtest endlich raus aus der Zeit gegen Geld fallen? Dann geh jetzt auf www.dnxunlimited.de slash call und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Wir gehen 45 Minuten auf einen Call und du wirst absolute Klarheit über drei Dinge bekommen. Erstens den genauen Preis, den du verlangen sollst. Zweitens die genaue Zielgruppe, die du ansprechen sollst. Und drittens die genaue Step-by-Step-Strategie, die du verwenden sollst, um diese Zielgruppe zu erreichen. Feli und ich haben zusammen über 26 Jahre Online-Business-Erfahrung und haben schon endlos viele Business-Modelle auseinandergenommen und selber profitabel umgesetzt. Gemeinsam mit unserem DLX-Team helfen wir dir, ein skalierbares, sechsstelliges, orts- und zeitunabhängiges Online-Business aufzusetzen. Aber Achtung, du musst wirklich gut sein in dem, was du tust und du musst 100% committed sein. Also lass uns gemeinsam checken, ob wir auch dir dabei helfen können, ein skalierbares Online-Business aufzubauen. Geh jetzt auf www.dnxunlimited.de slash call und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch. Hast du Bock mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DLX-Community auf Facebook ein. Die DLX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 17.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin dort regelmäßig am Start und helfe, wo ich kann. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir scheiden dich dann frei. Last but not least, das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DLX-Festival in Berlin. Im nächsten Sommer erwarten wir über 1.500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Für mich ist das DLX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DLX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DLX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Figura-Preis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main Event-Speakern und den DLX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DLX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns auf dem Strategiegespräch in der DLX-Community und live auf dem DLX-Event in Berlin. Peace and out. DLX-Community 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 Vielen Dank.